Elin Gemperle, herzliche Gratulation zum Schweizer Meistertitel im Sprint. Wie lief es dir heute? Es war mittelmässig. Ich habe teilweise gesucht, aber eigentlich bin ich schon zufrieden. Wo hast du einen Fehler gemacht? Vor allem in Fien, in der Altstadt. Wenn es kleine Gäste hatte, wo ich manchmal reingelaufen bin, dachte ich, da komme ich gar nicht durch. Ich war nicht so voraus mit Planen und war stockend unterwegs. Das Gelände wurde vorher noch nie gekartiert. Bist du etwas überrascht oder hast du es so erwartet? Ich habe es schon eher so erwartet. Es war ein cooles Gelände, sehr technisch und anspruchsvoll. Wo liegt denn der Fokus für dich in der Herbstsaison? Es kommen noch das Paroel und die Lomme, die nächstes Wochenende noch ist. Mal schauen, was noch kommt.